Hey Leute, das geht jetzt an alle Star Wars Fans. Kennt ihr noch The Force Unleashed und The Force Unleashed Teil 2? Die beiden Games waren unfassbar cool und hat wirklich das große Ruder rumgerissen. Und jeder wollte unbedingt einen dritten Teil. Dann sah es so aus, als ob wir einen kriegen. Dann sah es so aus, als ob wir keinen kriegen. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also könnte es sein, dass wir vielleicht eines Tages doch noch einen kriegen. Aber was ist da überhaupt für eine Story dahinter und wie hätte ein dritter Teil aussehen können? Denn es war schon mal ein Konzept. Also es wurden schon Konzept-Arts erstellt zu einem dritten Teil. Das wurde leider alles wieder verworfen. Warum das alles aber, das erfährst du jetzt in diesem Video. Für mehr solcher Videos vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass du immer benachrichtigt wirst, sobald dein neues Video online ist. Und jetzt viel Spaß. Also, erstmal zu The Force Unleashed 1, dem ersten Teil. Es war nämlich so damals, dass das Entwicklerstudio unter absolutem Druck stand. Also, die hatten wirklich, mussten wirklich liefern. Denn bis jetzt, zu diesem Zeitpunkt, sind Star-Wars-Spiele immer gemischt angekommen. Mal gut, mal schlecht und so weiter und so fort. Und ja, nicht nur, dass sie ein bisschen Angst hatten, dass The Force Unleashed vielleicht nicht gut ankommt. Irgendwie waren sie dafür verantwortlich, dass sie diesen Karren jetzt mal aus dem Dreck ziehen müssen und jetzt mal wieder einen richtigen Banger bringen. Und deswegen haben sie alles vollkommen ausgearbeitet. Und am Anfang war eigentlich geplant, mal ein komplettes Game über Darth Vader zu machen. Denn Lucas Film, also Lucas Arts, Lucas, George Lucas eben einfach hat, war höchstpersönlich selber vor Ort und hat da selber mit dran gearbeitet. Allerdings hatte er die Befürchtung, dass man vielleicht einen neuen Charakter nehmen muss, als nur Darth Vader zu spielen. Dann kann man sich vielleicht viel, viel mehr mit diesem Charakter identifizieren. Zudem haben sie zwar Vader noch im Tutorial gelassen. Der Rest allerdings ging dann um einen jungen Schüler von Darth Vader namens Starkiller. Starkiller übrigens, kleiner Funfact, sollte eigentlich Luke Skywalker heißen. Denn er hat ja den Todesstern in die Luft gejagt und das sollte man, also er sollte eigentlich im Universum als Starkiller bekannt werden. Allerdings wurde diese Idee für die Filme verworfen und so tauchte diese Idee dann in The Force Unleashed auf, wurde dort aufgegriffen. Und ja, seitdem heißt der Charakter Starkiller. Und sie haben es wirklich geschafft. The Force Unleashed kam richtig gut an. Die Fans haben es geliebt. Ich habe es verschlungen damals. Also das war einer der meist erwartetsten Games. Ich kann mich noch heute daran erinnern, wie sehr ich darauf gewartet hatte. Ich war richtig ungeduldig, bis dieses Spiel rauskam und es hat mich nicht enttäuscht. Es war ultra geil. Und ja, da war dann relativ schnell klar, es muss eine Fortsetzung her. Ein zweiter Teil. Okay, und nachdem Starkiller allerdings am Ende des Spiels gestorben ist, ich meine, es gibt noch ein anderes, alternatives Ende. Letztendlich ist er aber im ersten Teil gestorben. Ja, wusste man nicht so ganz, wie man das fortsetzen kann. Und die Idee war ursprünglich dann einen neuen Charakter einzuführen, aber das wäre dann auch wieder blöd gewesen. Und nachdem sich die Entwickler mit dem Schauspieler, der da zur Verfügung gestellt wurde, sehr gut verstanden, ja, war dann eigentlich relativ klar, er muss irgendwie wieder her. Und so hat man dann ihn als Klon mit eingebaut. Und das sah dann gar nicht schlecht aus. Und das große Problem bei The Force Unleashed 2 war allerdings nicht so sehr die Story und alles, sondern das große Problem war, sie hatten keine Zeit. Sie waren unter totalem Zeitdruck gestanden. Sie hatten nur sechs Monate Zeit, ein vollständiges Skript hinzulegen. Die Entwicklungszeit war auch unfassbar kurz und sie hatten Deadlines, die fast unmöglich einzulösen waren. Und ja, das hat man dann gemerkt. Man hat eine Fortsetzung bringen wollen, einfach nur aus dem Grund, weil der erste Teil so gut ankam und sie wollten verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen und am besten so schnell wie möglich. Und das hat der ganzen Sache letztendlich das Genick gebrochen. Denn viele Fehler waren im Spiel mit dabei. Grafikeinbrüche, sonst was. Die Story war zwar viel länger und das Game war zu lang, aber es wirkte einfach nur gestreckt. Und nicht so, wie es eigentlich hätte rüberkommen sollen. Letztendlich hat man ein bisschen reingeschissen. Ist aber nicht so schlimm, denn es war jetzt nicht ein totaler Flop, sondern einfach dann nicht so krass wie der erste Teil. Hatte trotz alledem einen kleinen Erfolg für sich. Und es wurden schon Konzepte erstellt zu einem möglichen dritten Teil. Und zwar hat man sich überlegt, dass die Story darauf anspielen soll, dass Starkiller sich vielleicht mit Darth Vader verbünden muss, während Boba Fett ihn jagt. Und sie gemeinsam versuchen müssen, den Imperator zu stürzen. Was dann letztendlich aber nicht hinhaut. Denn das Ganze soll ja dann so sein, dass eben, naja, ihr wisst ja, das nur an die Filme anlehnt. Und in den Filmen ist ja dann das alles passiert. Dementsprechend wäre das so im Spiel nicht vorgekommen. Trotz alledem hätten die beiden zusammenarbeiten müssen. Und das wäre für die Story auch nochmal krass gewesen. Zudem war geplant, dass alles wahrscheinlich komplett Open World wird. Und sehr heftig von der Storyline. Vielleicht sogar ein Coop-Modus. Je nachdem, wie es sich einbauen lässt. Dass einer Starkiller spielt und der andere Darth Vader. Ja, das waren die ganzen Pläne und Ideen dazu. Aber es wurde nie fertiggestellt. Beziehungsweise es ging noch nicht mal in Entwicklung. Weil LucasArts wurde ja dann an Disney verkauft. Und Disney hat dann das Entwicklerstudio, das The Force Unleashed entwickelt hat. Und den dritten Teil entwickelt hätte. Dann natürlich geschlossen. Die Entwickler entlassen. Und somit war das komplette Projekt total hinfällig. Und ja, viele, viele, viele wünschen sich immer noch ein The Force Unleashed 3. Und ich bin auch einer davon. Ich würde mir auch so sehr ein The Force Unleashed 3 wünschen. Und wer weiß, vielleicht kommt Disney irgendwann doch mal auf die Idee zu sagen, dass sie diese Reihen nun endlich als Trilogie beenden. Es wäre so cool. Aber ob das passieren wird, im Moment schaut es nicht danach aus. Aber okay, was hältst du davon? Würdest du dir einen The Force Unleashed 3 wünschen oder nicht? Schreib das in die Kommentare. Ansonsten war es das mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bleib fresh. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tagesschau. Tschüss. 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 Tschüss.